Jingle down Yo, was geht ab, Leute? Get the middle flow Euer Frips ist hier Und zwar heute mit nem überkrassen Glitch Und zwar zeig ich euch eine Secret Location Und zwar Frosty, Leute Aber, Leute, bevor wir zum Video kommen Falls ihr ein paar krasse GTA 5 Unlockalls benötigt Dann checkt doch mal den Link unten in der Videobeschreibung aus Dort klickt ihr drauf Und könnt euch einen krassen GTA 5 Unlockall kaufen Und leider ist es so, Leute Im Moment sind die OAS Werden auf jeden Fall ein bisschen länger dauern Weil, Leute, jetzt sind Feiertage Und man will natürlich nicht den Feiertag modden Weil man will ein bisschen Zeit mit seiner Familie verbringen Also, ihr müsst es auch natürlich etwas verstehen Dass die Unlockalls auch hierbei dann Etwas länger dauern werden Beziehungsweise sich auch verzögern können Also, bitte einfach Habt Geduld und chillt eure Eier So, ich würde aber sagen Wir starten mit dem Video So, als allererstes geht ihr hin Und markiert euch den Job Den ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt habe Leider gibt es den Job vorerst mal nur für die PS4 Aber, falls ihr gut in Editor seid Könnt ihr das vielleicht auf der Xbox One Oder auf dem PC bauen Falls ihr so einen Job habt Verlinkt den unten Ich werde den auf jeden Fall nutzen So, ist der Job jetzt gestartet Beziehungsweise wollt ihr in der Secret Location drinnen spawnen Dann startet ihr diesen Job als Host Dann nämlich spawnt ihr in der Secret Location, Leute Und zwar in diesem kleinen Raum Wo Frosty drin ist Ihr könnt ja gerade hier Frosty mit dem unten sehen Ist richtig nice Aber Vorsicht, Leute Wenn ihr zu weit wegläuft Beziehungsweise an die Wände da rankommt Dann kommt ihr aus der Secret Location raus Und könnt nicht mehr reinlaufen Falls euch der Glitch hier gefallen hat Dann lasst mir doch auf jeden Fall mal ein Like da Und Leute Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid Dann könnt ihr ja mal auch auf jeden Fall mal ein Abo dalassen Ich werde dann aber somit raus, Leute Haut rein Geht mit dem Flow Euer Frips Ciao